Was geht, meine lieben Freunde? Mein Name lautet Danny Burnage. Heute machen wir weiter mit Waffenspiel. Noch eine Runde, weil es so viel Spaß gemacht hat. Wir haben letztes Mal ein Waffenspiel ohne Waffen gemacht. Oh mein Gott, es ist dieses Mal genau dasselbe. Ach du Scheiße. Wieso sieht alles so komisch aus? Was ist denn? Ist heute ein bestimmter Tag oder sowas? Halloween oder sowas? Habe ich irgendwas verpasst? Wahrscheinlich Halloween oder so, ne? Ne, wann ist Halloween nochmal? Ach du Scheiße. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Wieso sieht alles so merkwürdig aus? Hä? Demütigung, ja, deiner Mutter auch. Es ist... Es ist gerade ein bisschen merkwürdig, Leute. Ich glaube, es ist alles ziemlich drogenabhängig, ja. So, den haben wir geholt. Oh Scheiße. Oh Gott, das war Glück. Glück. Das war Glück. Was haben wir hier? Okay, Schrottflinte, glaube ich. Oh nice. Ich frage mich, ob das bei den anderen auch so ist. Müsste eigentlich, ne? Okay, das war die Waffe. Okay. Dann wissen wir wenigstens Bescheid. So, was haben wir hier? Sagen wir, bitte eine vollautomatische... Ja, haben wir eine vollautomatische Waffe. Okay, nachladen. Unsere unsichtbare Waffe. Oh Scheiße. Er führt mit 90 Kills. Okay, das ist aber auch echt... Oh Scheiße. Gott, mir gefällt das irgendwie. Es ist so... Es ist was vollkommen anderes. Hallo, willst du auch mal sterben heute oder dauert das bei dir eine Weile? Hallo? Habe ich ihn gekillt? Ja, habe ich mit dem Headshot. Okay. Oder tot er ihn? Scheiße. So viel Hitmarker, aber kein Kill. So, mal sehen, wo sich die anderen befinden. Ich sehe sie auf der Karte. So, komm her. Okay, das war die Dreierbürstwaffe. Alles klar. Was haben wir hier? Oh Gott, also... Man weiß ja nicht mal, welche Waffen man hat. Ich weiß nicht. Ist das... Ich glaube, das ist eine... Das ist eine... Ja. Das ist eine gehackte Lobby, Leute. Eine gehackte Lobby. Hundertprozentig eine gehackte Lobby. Okay, ich will mich nicht killen lassen. So, vielen Dank. Ich... Oh, guck mal. Man merkt richtig, dass ich schon richtig lange COD spiele. Weil ich einfach immer weiß, wo ungefähr die Mitte ist, wenn ihr versteht. Was haben wir hier? Ach, die Sniper. Okay. Habe ich ihn aufgeholt? Ne, wir sind jetzt gleich auf dem Gleichstand. Der Typ scheint ja nicht gerade gut zu sein mit Snipern. Der Typ ist hier. Nein, bleib stehen. Oh, gekillt, gekillt, gekillt. Das wollte ich nur, das wollte ich nur. Ist gut. Was haben wir hier? Keine Ahnung, was das sein soll. Ich werde einfach mal wie mit allen Waffen drauf losschießen. Oh Gott, dieser Penner, Alter. Ah ja, Demütigung. So. Ähm. Ja, die letzte Sniper ist natürlich immer so ein Problem, weil mit der kann ich nicht reinzoomen. Diese Gegner sehen auch so grün aus, ne? Fällt mir gerade auf. Aber nicht alle. Gott, wie ist die Waffe... Wie ist die Waffe... Oh, wir haben ihn gekillt. Holy moly, wir haben ihn gekillt, meine Freunde. Den haben wir auch gekillt. Nein! Ich wollte... Oh, Mann. Oh, ich wollte ihn messern. Oh mein Gott, ich wollte ihn einfach nur messern. Das wird witzig sein, abzuladen. Ich hoffe, euch gefällt das, dieses kleine... Diese kleine Veränderung. Und das ist ziemlich scheiße gerade. Also, es läuft ziemlich scheiße für mich. Bitte, bitte, bitte. Nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Komm her, Mann. Hab nicht ewig Zeit, Alter. Hab nicht ewig Zeit, Mann, habe ich gesagt. Schaut euch mal den Boden an. Hallo? Wo fliegt die denn hin? Ich glaube, die wollte nach Mallorca. Und nicht zum Gegner. Hallo? Komm her, komm her, komm her. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da hinten. Zeig dich, Mann. Hallo, ich hab nicht ewig Zeit. Ach, oh, ich hab... Nee, hab ich nicht. Ach, scheiße. Ich hätte warten sollen. Na, das ist ja prima. Er wird kein einfaches Leben damit haben. Oh. Vielen Dank. Okay, jetzt haben wir den Crossbow. Was sehr schön ist. Okay, jetzt wird's langsam intensiv, meine Freunde. Scheiße. Ja! Ohohohoho, was? Okay. Oh nein, oh nein. Guck mal, der kommt gar nicht auf sein Leben, klar. Oh, wir haben ja die Yamaha an. Schon wieder gewonnen. Obwohl er so geführt hat. Oh yeah. Nice. Nice. Wir finden wir gut, ja? Link in der Beschreibung zu GameKey von Mifu. Gönstige Spiele-Keys, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Ich find's, ich find's spaßig. Also, es ist halt irgendwie so komisch ein bisschen. Sogar hier sieht die Map anders aus. Ja, es ist definitiv ein Hack. Definitiv ein Hack. Daumen nach oben für mehr Videos von mir und für mehr Partyspiele und so weiter und so fort. Nicht vergessen. Und abonniere meinen Kanal, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss!